Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier. Heute mit dem Thema Account-Based Marketing. Ich gebe mal ein, zwei Beispiele dazu und was man damit alles machen kann. Viel Spaß dabei. Ja, Account-Based Marketing, was bedeutet das eigentlich und was kann man damit alles Tolles machen und vor allem, wie kann man es auf LinkedIn ganz gezielt einsetzen? Darum soll es heute so ein bisschen gehen, denn Account-Based Marketing steht im Prinzip dafür, dass man zielgerichtet an gewisse Unternehmen Marketing betreibt. Das bedeutet, du hast schon zum Beispiel eine Liste von 100, 200, 500 oder 1000 Unternehmen, wo du sagst, das sind eigentlich die perfekten Kunden für uns. Und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir es, diese Kunden davon zu überzeugen, sich bei uns zu melden? Und da kannst du folgendermaßen vorgehen. Du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt auf LinkedIn Werbung schaltest, kannst du sagen, okay, ich lade eine Liste dieser Kunden hoch und betreibe ganz gezielte Marketingmaßnahmen für diese Art von Kunden. Wichtig ist dabei zu beachten, dass du wirklich dir eine komplette Strategie überlegst und dass man nicht einfach die gleiche Werbung auf diese Account-Liste ausspielt, sondern dass man da wirklich eine andere Strategie nutzt. Und wir gehen da immer folgendermaßen vor. Wir schauen uns an, okay, wenn es jetzt zum Beispiel eine Liste gibt von, sagen wir mal, Stadtwerken. Ja, 100 Stadtwerken, die sind eigentlich perfekter ICP für uns, ein super Kunde. Dann gehen wir hin, laden die hoch und überlegen auch, wen wollen wir denn im Unternehmen dort ansprechen? Und was haben die für Probleme, die ganz spezifisch sind? Weil das Gute an Account-Based Marketing ist, du kannst es halt super spezifisch zuschneiden. Ich würde bei Account-Based Marketing Kampagnen auch immer noch so ein bisschen zwischen Branchen differenzieren, weil umso spezifischer du das machst, umso besser ist es. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, wir haben hier eine Unternehmensliste von 10.000 bis 10.000 Mitarbeitern, die dort arbeiten, plus aus 100 verschiedenen Branchen, dann ist das nicht unbedingt die ideale Liste für Account-Based Marketing, sondern du solltest zum Beispiel hingehen und sagen, okay, wir haben eine Zielgruppe, das sind zum Beispiel Stadtwerke, da haben wir einen super Case zu oder wir haben eine Zielgruppe im Maschinenbau, in der Industrie, da haben wir einen super Case zu oder von zerspannenden Unternehmen in der Zerspannungstechnik, super Case, dann nehmen wir eine Liste von all diesen Unternehmen, laden die hoch und machen da ganz spezifisch Werbung für. Weil dann kannst du die Probleme dieser Unternehmen wirklich ganz gezielt ansprechen. Und das ist dann das Geheimnis, vor allem auch auf LinkedIn, weil du weißt, zu 100% wird deine Werbung nur an diese Person ausgespielt. Und wir haben das zum Beispiel auch ganz oft schon gemacht, wo wir gesagt haben, okay, wir haben hier eine Liste von spannenden Unternehmen, laden die hoch und machen ganz zielgerichtet auf diese Unternehmen Werbung. Wir haben das zum Beispiel auch schon mal so gemacht, dass wir hingegangen sind und diese beworben haben, die Liste, und zusätzlich auch per Mail kontaktiert haben oder per LinkedIn nochmal mit einer Direct Message. Und dann hat man wirklich so einen Inkubator, wo man über eine Kampagne geht, die sehen uns immer. Das bedeutet, sie sehen uns die ganze Zeit in den Impressionen und kriegen dann zusätzlich nochmal eine Mail, die aber sehr persönlich geschrieben ist. Und da geht es dann wirklich darum, dass man persönliche Mails schreibt, keine automatisierten, sondern sehr gut verfasste, die dann auch wirklich das Problem und den Need dieser Zielgruppe treffen. Und dann ist es so, dass man relativ schnell innerhalb von, je nachdem natürlich wie das Sales Cycle ist, aber relativ zügig innerhalb von drei bis sechs Monaten, da auch die ersten Erfolge erzielen kann. Und mit Erfolg meine ich wirklich Kunden gewonnen. Ja, zumindestens mal die Pipeline deutlich erhöht. Und da auch Angebote schon, Kunden schon im Angebotsstadium, dass sie sich kurz davor sind zu entscheiden. Weil wenn du das machst und sagst, okay, du hast hier eine Liste und du möchtest gezielte Account-Based Marketing machen, dann kannst du das halt super wie in so einem Kreislauf nutzen, dass du sagst, okay, ich habe hier eine Liste, die lade ich auf LinkedIn hoch, ich mache zielgerichtet Werbung, ich nutze Videos, ich nutze eine Lead-Kampagne, ich gehe zusätzlich noch hin, füge diese Unternehmen hinzu, poste Content, der relevant ist und schreibe auch noch eine E-Mail-Kampagne, ganz zielgerichtet. Und dann ist es so, dass du sehr wahrscheinlich dort auch die ersten Kunden gewinnen kannst. Man kann da noch zusätzliche Sachen machen, dass man die Person zu einem Webinar einladet und so weiter. Aber das ist zum Beispiel der erste Schritt, um da wirklich ganz Account-Based zu arbeiten und diese Kunden dann auch zu gewinnen. Wenn du Fragen zum Thema Account-Based Marketing hast oder das mal selbst testen willst, wie das Ganze funktionieren kann, was für ein Case wir vielleicht auch bei euch identifizieren können, weil ganz oft ist es so, dass Unternehmen sagen, ja, wir haben so viele Kunden aus so vielen Branchen, wo macht denn da eine Account-Based Marketing-Strategie Sinn? Bei dem Beispiel mit den Stadtwerken, die haben auch 100 andere Branchen, denen die helfen. Aber wir haben identifiziert, dass die Stadtwerken ein guter Fit sind, für denen ihre Account-Based Marketing-Strategie oder die Energieunternehmen oder die Industrieunternehmen, wie auch immer. Das schauen wir uns ganz genau an und dann machen wir eine Account-Based Case Study Marketing-Strategie. Und wenn du wissen willst, wie das Ganze funktioniert und ob das für dich möglich ist, dann kannst du dich auch einfach bei uns melden. Du kannst auf www.inno-one.de gehen und dir dort ein kostenloses Gespräch buchen und einfach mal reinhören, ob das für dich auch so möglich ist. Ja, ich hoffe, das konnte dir so ein bisschen weiterhelfen, was damit möglich ist. Und falls du Lust hast, melde dich und dann hören wir uns. Bis bald. putting voulez dich ein bisschen mehr ein bisschen mehr Ger Ramses und dann schön seh, müssen in der